Das Weihnachtsfest naht schon heran, der Hansel sagt's beim Essen. Die Wünsche melde ich euch jetzt an, ihr dürft sie nicht vergessen. Um Ski und Schlittschuh möchte ich euch ganz besonders bitten. Auch fehlt, ihr wisst es sicherlich, mir noch ein neuer Schlitten. Drei dicke Bücher wünsch ich mir, Briefmarken auch daneben. Dazu ein Album und Papier, um sie schön einzukleben. Ein Domino, ein Schachbrettspiel, ein Kasperletheater und einen neuen Peitschenstil. Vergiss nicht, lieber Vater. Und viele Tiere auch von Holz und andere aus Pappe. Indianer, Federkopf, Schmuckstolz. Und eine neue Mappe. Ein Brennglas, eine Kamera, ein Blitzlicht für die Nacht. Ich knipse dann von nah und fern, wie sich's gerade macht. Und einen großen Tannenbaum. Dran hundert Lichter glänzen. Mit Marzipan und Zuckerschaum und Schokoladenkränzen. Doch scheint euch dies ein wenig viel, so könnt ihr daraus wählen. Es könnte wohl der Peitschenstil und auch die Mappe fehlen. Als Hansel so gesprochen hat, sieht man die Eltern lachen. Was willst du, kleiner Nimmersatt, mit all den vielen Sachen? Wer so viel wünscht, der Vater spricht, der kriegt auch nicht ein Achtel. Er kriegt ein ganz klein wenig nix in einer Pfennigschachtel. Er kriegt ein wenig nix in eine Pfennigschachtel. Musik Vielen Dank.